Das ostukrainische Avdi Yivka war bis vor einem Jahr eine florierende Industriestadt. Rund 30.000 Einwohner hatte sie. Heute gleicht Avdi Yivka einer Geisterstadt. Die meisten Bewohner sind geflohen oder verstecken sich in den Kellern der Mietshäuser. So wie die Rentnerin Jubov Stepanova. Tagsüber sammelt sie Feuerholz, dann beeilt sie sich zurück in ihr Haus. Wie alle hier spricht die 71-Jährige russisch. Warum Krieg herrscht, kann Stepanova nicht verstehen. Wir wollen einfach nur Frieden. Wir bitten weder um humanitäre Hilfe noch um Brot, Lebensmittel. Wir wollen einfach nur, dass die Angriffe aufhören. Stellt die Angriffe ein und lasst uns in Frieden leben. Auch Oleksander Lugowski gehört zu den wenigen, die in Avdi Yivka geblieben sind. Der 35-Jährige teilt sich eine kleine Wohnung mit seiner Katze Tusik. Seine Tage sind größtenteils von Langeweile geprägt. Warum Russland gegen die Ukraine Krieg führt, kann auch er nicht begreifen. Ich verstehe diesen Krieg nicht. Seit acht Jahren kämpfen die Politiker um die Macht in einem Land, das schon seit Jahren ausgeplündert wird. Ich unterstütze weder das eine noch das andere. Ich habe sowohl in Russland als auch in der Ukraine gelebt. Ich weiß, wie die Menschen hier und dort leben. Es ist überall das Gleiche. Die Bedingungen sind überall schlecht. Auf dieses Eckhaus ist in der Nacht zuvor ein Raketenangriff erfolgt. Da es keine funktionierende Feuerwehr mehr gibt, muss das Feuer von allein aus brennen, sagen die Anwohner. Im städtischen Krankenhaus ist Vitali Südnyk der einzig verbliebene Arzt. Das Gebäude ist größtenteils zerstört. Die Menschen kommen zu ihm, erzählt der 55-Jährige, um sich Antidepressiva und Schlafmittel zu besorgen. Er gibt sie ihnen. Aber er sagt auch, um besser zu schlafen, müsst ihr weg aus Abdiyevka.